Ob Superhelden eben von Marvel und DC, düstere Graphic-Novels von Dark Horse, japanische Mangas oder klassische Abenteuergeschichten wie die von Tim und Struppi. Comics sind derzeit beliebt wie lange nicht mehr. Wir stellen euch drei Smartphone-Apps vor, die euer Comic-Leseerlebnis auf ein neues Level heben. Es gibt kaum eine Technologie oder Medienbranche, in der Amazon seine Finger nicht im Spiel hat. Ursprünglich hat der Tech-Gigant allerdings als Buchversand begonnen. Da ist es nicht überraschend, dass sich das Unternehmen auch ganz gezielt der Comic-Buchleserschaft widmet. Das Tochterunternehmen Comixology betreibt den weltweit größten digitalen Comic-Store mit rund 100.000 Titeln und über 250 Millionen Downloads. Die App Comics by Comixology überzeugt zudem mit seinem übersichtlichen Reader. Der Guided View führt dich in der richtigen Reihenfolge von Panel zu Panel und leitet dich so durch die Story. Noch größeren Spaß beim Lesen hast du mit Madefire. Das Konzept der App liegt irgendwo zwischen Comic-Buch und Zeichentrick. Mit den sogenannten Motion-Books findest du darin extra für Madefire aufgewertete oder gleich ganz neu produzierte digitale Comics. Der Lesefluss wird dabei durch dezenter Animation und Hintergrundgeräusche begleitet, sodass du noch tiefer in die Story eintauchen kannst. Echte Comic-Nerds schwören auf Comic-Rack. Der Reader hat zwar keinen integrierten Online-Store, dafür kannst du damit Comics, die du beispielsweise bereits auf deinem Windows-PC gespeichert hast, auf dein Smartphone rüberheben. Die App unterstützt alle gängigen Comic-Dateiformate und ist selbst für Mangas geeignet, die du dort von rechts nach links lesen kannst. Comic-Rack gibt es sowohl in einer kostenlosen als auch in einer Kaufversion. Was sind deine Lieblingscomics und liest du sie auf dem Smartphone oder gehst du noch klassisch in den Comic-Buchladen deiner Wahl? Schreib es uns in die Kommentare. Abonniere den O2-Kanal, um keines unserer Videos mehr zu verpassen und den Klick auf die Glocke nicht vergessen.